Ja, das habe ich alles schon mitgekriegt, Mensch. Tja, ich hoffe es doch, meiner auch. Hat er Platten gehabt? Wurde aber schwer sein, das Zeug, oder? Okay. Ruhig, Mensch. Natürlich, es ist leer. Warum würden wir so glücklich bekommen? Ich meine, es ist nicht so, dass wir es oder nichts brauchten. Hey, hey, hey. Nimm dich darüber nachdenken. Es war wertvoll. Es hat einfach nicht funktioniert. Entschuldigung. Ich bin einfach so glücklich. Ich habe nur gedacht, dass wir das erste Mal, dass wir einen verdammten Freude bekommen haben. Aber ich bin ein, glaube ich. Ich habe nicht so glücklich. Ich bin ein Barsch, aber ich bin ein. Ich bin ein Barsch, jetzt! Warte mal, das ist doch... Das ist doch sein Neffe, oder? Nee, das ist doch... Wie war ein Nachbarskind, aber... Das war so süß. Sie haben immer ein Schmier auf seinem Gesicht. Kape liebte ihn. Entschuldigung, dass du das gesehen hast. Ich bin sicher, dass er ein guter Kind. Er ist nicht ein Kind mehr. Er ist einfach... einer von diesen Dingen. Ich weiß gar nicht, was sie nennen. Wenn sie nicht Menschen sind, wenn sie nur... die Todes... Die Todes... Muertos. Das ist, was wir sie nennen. Ich dachte, wir werden sterben. Ich dachte, Gabe und Mariana werden nur wundern und wir werden nur... Gott sein. Ich bin hier, okay? Ich bin hier. Du bist hier. Wir sind noch hier. Das ist, was wichtig ist. Können wir jetzt zurück? Aber wie sind die, bitte schon, vom Bruder getrennt worden? Ich meine, die wollten doch auch zum Krankenhaus, oder nicht? Was kann denn dazwischen gekommen sein? Hey, Gabe. Ich weiß, dass wir alle hier in der Haus bleiben wollen, und warten für David zurück. Aber es hat drei Monate, seit er mit deinem Mutter entfernt hat. Was sagst du? Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Du und ich könnten da draußen getrennt haben. Für einen fehlenden Kahn. Es muss ein sicherer Ort sein. Somewhere nicht so isoliert. Vielleicht... Wir gehen. Wir gehen. Irgendwo anders. Irgendwo sicherer. Irgendwo mit... crazy-thicken Wallen, okay? Und ein Garten, das ist... 20 feet tall. Ob das reicht? Ich glaube, dass die Kinder glücklich mit diesem Plan sind. Die Kinder verstehen. Und wenn sie nicht, wir werden sie einfach... machen sie unseren Weg. Wir müssen gehen. Drei Monate, ganz ehrlich. Drei Monate, ganz ehrlich. Was will er denken, wenn... er kommt und wir... ihn nicht wiederholt haben? Wir müssen ihn nicht wiederholt haben. Wir müssen uns selbst nachdenken, Gabe. Ich wünsche, dass die Dinge anders waren. Aber... unsere Sicherheit ist mehr wichtig. Aber wir sind sicher hier. Nein. Wir sind nicht. Ich bin sorry, Gabe. Aber... Javi ist richtig. Wie geht's... Sie gehen, und ich bleiben hier. Du bist ein Kind. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Jip. Ich kann sich um mich selbst zu nehmen. Wenn ich keine Hilfe brauche, dann werde ich einfach... meine Freunde fragen. Ähm... Honey? Geht ihr das jetzt mit Drew? Was? Was... Was ist falsch mit ihr? Warum ist sie so wunderschön? Was ist falsch mit dem, Uncle Javi? Sie ist schade. Weil, wenn wir rauskam, sahen wir deinen Freund. Du... warst es nicht genau zu ihm. Mach mir das... Er war einer davon? Ja. Wir sind so sorry, Gabe. so you understand why don't you why we have to leave if that happened to you i couldn't bear it when do we have to go tomorrow as soon as it's daylight i want to leave them a note i'll help you get started i want to say something good something that will make him sad just tell him we love all of us and nothing's can change that not ever i like that i'm gonna write it right now so we don't forget of course i'll help him thank you really so können wir jetzt die katie irgendwie retten wir müssen woanders hin ich weiß nicht aber keith sagt wir sind hier nicht mehr sicher egal was auch dass wir nicht immer der wort man oder ist hier jetzt ja beides mit dem genutzt der baseball schläger ganz gute entscheidung ach daher kommt dann quasi das logo nach ich denke ich das wäre eine 69 nicht eine 65 pudding geld ne joint ok ich frage mich ja wie viele jahre waren die eigentlich unterwegs eine flucht ein man diesen kludgang muss ich mal ausschalten dad japp ist er javi ist erlich nie deine schwester weißt du ähm was ist das jetzt hier für ein lich Oh da, das ist großartig. wenn wir den nicht umgebracht haben alter dein rucksack alter dein rucksack alter dein rucksack sorry but the rest of you have to go straight to quarantine what for all newcomers get checked for fights and they all have to answer a couple of questions our doctor will clear the two of them but the rest of you have to come with me to the quarantine holding 파란 intentions fine let's just get this whole poppy make my job easy would you listen to your friend whatever you say komische glitsche habe ich den ich bin Ich bin hier, um Hilfe zu finden. Und das ist passiert. Ich bin so Angst vor Kate. Ich habe ihnen gesagt, sie braucht einen Doktor. Sie hat mir gesagt, dass jemand sich in die Frage stellen. Bitte, erzähl mir, dass sie sie gefunden haben. Glücklich, dass wir sie gefunden haben, bevor sie etwas schlimmer ist. Sie haben sie nur zum Krankenhaus. Ich kann nicht glauben, dass niemand sie nachdenkt. Ich bin sorry, Javi. Wirklich? Aber ich hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Man weiß es ja nicht. Was? Die Menschen hier in Richmond. Sie sind neue Frontier. Oh mein Gott. Ho ho ho, du hast noch nicht gehört. Einer von ihnen ist seine Bruder. Ja. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hatte, Javi. Ja, das könnte aber wirklich von Vorteil sein, um hier rauszukommen. Das ist eine gute Sache. Wir haben jemanden im Inneren. jemanden, der für uns 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 für uns. Vielleicht für uns für uns für uns für uns. Javi könnte es richtig sein. Ein Wort von David und den anderen kamen, um Kate zu dem Hospital zu nehmen. Wer auch dieser Mann ist, kann er nicht alles schlecht sein, richtig? Ja. Ich meine, er hat Kate am Ende von ihr hier hier heruntergelaufen. Natürlich hat er sie in die Richtung gebracht. Sie ist ihre Frau. Sie ist eine Frau. Sie sind schade. Sie sind schade. Sie sind schade mit deinem Bruder? Sie sind schade mit deinem Bruder? Sie sind schade, wie ihr zwei zusammengebracht haben. Ich glaube, sie hat einen Mann im Hintergrund. Das ist alles. David ist weg. Ich musste, um die Familie zu sein. Ich muss, um die Familie zu sein. Es ist nicht so, dass ich einfach weg von ihr. Von einem von ihnen. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich nicht so gut machen will, mit New Frontier. Ich weiß, dass du nicht viel mitgebracht hast in Prescott, Javi. Aber sie schade das Ort auf den Boden für keinen Grund. Nachdem du alles, die Leute sagten mir. Ich glaube, ich werde nicht finden meine Leute alive finden. Ich glaube, ihr sei ohne Gott. Sie schadet ihre Freundin. Sie schade Frau Kate. Immer wahrscheinlich, dein Bruder hätte ich hinterlegen. Auch wenn man das nicht seine Idee hat. Sie wissen, dass sie seine Idee, wenn er in den ersten Augen nicht mehr konntiert hat. Wenn das nicht das stimmt. Das sch*** kann ich nicht. Das sch*** kann es so. Ich mag ihn nicht. Da muss ich... Ich mag dich mitgeben, aber... Es gibt eine Chance, dass er das Herkunft gespielt hat. Wenn er nicht wusste, dass es sie waren, wenn er nur versucht hat, um Geld zu verdienen, dann weiß es alles nicht. Clementine, du warst ein Teil der neuen Frontier. Wollte du David? Ich wusste ihn. Wenn ich ehrlich bin, ist er nicht ein guter Mann. Ja, der ist schon cool. Wenn du mir sagst, dass er derjenige hinter Prescott war, würde ich mich nicht überrascht. Ja. Als ich mit einem Moment alleine mit David werde ich auf den Boden kommen Er kann mir sagen, was wir gegen uns sind Er muss Er muss Die Familie muss gut sein für etwas, oder? Ja Nein Vielleicht ist es okay, eine Frau zu warten. Ich dachte, ich habe dir besser gelernt als das. Was für die restlichen Freunde? Sie sind nicht gezwungen. Hurry up her. Alter, halt die Schnauze, David. Das gibt noch Ärger. Oh nein. Jetzt geht das hinten schon wieder los mit dem Rucksack, oder was? Ich habe Flügel. Das ist gut für etwas. Schön, Javi. Wir haben eine Prozesse. Unsere eigene Art zu machen. Ihr Leute besser nicht mit dem Problem. Dinge nicht gut gehen für die Troublemaker hier. Ich hoffe, das ist klar. Natürlich nicht. Wir sind glücklich hier. Es ist... gut zu sehen, Frau. Auch hier. Komm her. 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 Ich sehe nichts. Was ist denn das für ein Mist? Scheiß Pack, ey. Echt? Was denn? Hm. Echt? Ich will sein Gesicht sehen. Alter. Oh, dieser Glitch. Ja. 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 Ja, ich würd gern was sehen. Hallo? Das hasse. Wenn's nur wenigstens in eine Richtung gehen würde und nicht in Bede. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Aber ich kann's jetzt erstmal nicht wegdrücken. Ich will's doch nicht wegdrücken. Da sehe ich, wir haben lange gewartet. Ich habe mich für dich, für drei Monate. In der Zeit, die Haus war überrun, und wir müssen uns gehen. Warum hast du nicht zurückgebracht? Mama und ich wurden aus der Stadt aus der Straße, auf der Weg zum Hospital. Es war lange, bevor sie... Ja, habe ich. Ja, habe ich gesagt, dass ich da sein würde, um da für die Familie zu sein. Oh? Okay, meine Worte. Es war der Ende des Welt, aber du hast endlich aufgewachsen. Hmm. Das ist dort, die Kate behandeln. Keine Worte, wenn ich lange bin. Hey! Hey kid! Hast du alles, was du brauchst? Ah, ja. Das Ort ist wie ein Rezort. Check it out, Hobby. Noodle in a cup. Wir brauchen dich einiges reales. Statt. Ja, ich bin glücklich. Javi. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Du weißt, ich bin immer okay. Das ist gut, dass du wieder zurückkommst. Schau mal diese Familie. Schau mal meine Frau. Sie ist die schönste Frau der Leben? Schau mal. Mit den Lichtern, du kannst mich für ein Walker verletzen. Ein wirklich guter Walker. Schau mal. Ich bin ziemlich sicher, dass du das musst. Das macht es nicht wahr. Oh, was du okay? Oh, ich bin... Oh, schau mal. Ich gehe den Schrauben. Okay. 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 Ich bin so gut. 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 Und David? David hat seinen eigenen Bruder in eine Karte. Ja, ich weiß, was du sagst. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Es ist immer du und ich auf der Straße, Javi. Das ist so wie wir es geschafft haben. Bitte. Ich versuche mir, wir zurückkommen. Das erste Chance, wir bekommen. Ja, genau. Das ist eine Krähe. Das ist eine Krähe. Wir können nicht sich selbst liveagen. Ich finde,王kate. Du hast meine Wörter. Du gehst. Du brauchst deine Kraft. uppfohlen. Dankeschön. Ich fühle mich besser. Ich wissen, dass wir das gemeinsam sind. Aber bitte, schnell. Ich... Ich will nicht leften, hier. Du bist hier говорить? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? David hat ein paar Schmerzen. Es ist weniger. Es ist verrückt, wie es nur kommt und geht. Es scheint nicht normal zu sein. Ich glaube, sie hat ihre Stütze gesetzt. Oder Stütze? Ich wundere mich. Aber Schmerzen wird oft in Wälder mit Abdominalen. Ich gebe dir etwas, um die Schmerzen zu nehmen. Wenn sie zurückkommt. Ein wirklich superlative Arbeit. Ich dachte, ich müsse zu operieren. Aber alles, was sie brauchte, waren IV Fluids und Antibiotika. Wie hast du jemanden mit Fähigkeiten wie diese gefunden? Eine Schmerzen wie diese, um 9 aus 10 zu töten. Wer das gemacht hat, weiß wirklich ihre Sachen. Wir haben Glück gehabt. Wir haben eine Gruppe mit einem Medik, Eleanor, vorhin Kate wurde. Die gleiche Gruppe in Quarantin. Sie ist jetzt da? Ja. Wir sollten sie rauslassen. Ich versuche sie. So, haben wir schon mal einen rausgeholt. Ich habe Ava bringe sie hier. Ich möchte diese, Eleanor zu treffen. Ich bin sicher, sie wird ein Asset zu unserer Gemeinschaft. Du kannst auch für die restlichen, oder? Es funktioniert nicht so. Aber wir werden sie bald machen. Javi und ich müssen jetzt ein paar Leute treffen. Mal sehen, ob wir es nicht tun können. Wir werden eine wirklich gute Arbeit nehmen. Okay? Oh, Mann. Echt? Gehört die Stimme wirklich dir? Oh, jetzt geht das wieder mit dem... Guck mal, jetzt geht es in eine Richtung. Wenn wir diese Leute treffen, behalte, was mit Mariana zu dir selbst passiert. Badger ist einer meiner Leute. Und ich werde ihn behandeln. Na bitte. Ich bitte drum.